Jo Freunde, was geht ab? Die Bikes stehen schon bereit. Heute werden wir wieder eine Runde unterwegs sein. Der erste Teil, der hat euch ja mega gefallen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für das Feedback und auch danke für die ganzen Tipps. Hätte ich nicht gedacht, dass es bei euch so gut ankommt. Das freut mich wirklich sehr. Was wir heute machen werden, außer ein bisschen rumfahren und vielleicht den einen oder anderen kleinen Sprung versuchen. Auf den ganzen GoPro Aufnahmen sah es immer irgendwie ein bisschen langsam aus, wie wir gefahren sind. Aber es war überhaupt nicht langsam. Und wie schnell man so auf der Wiese fährt, werden wir heute mal mit unserem GPS-Messgerät testen. Ich bin mal gespannt. Ich schätze mal, das werden schon über 80 kmh sein. Es ist wirklich verdammt schnell. Und ich denke, wir werden auch so mal auf der Straße testen, wie schnell so eine KTM 250 rennt. Letztes Mal haben wir die auch schon, glaube ich, ausgefahren. Also da ging nichts mehr, soweit ich weiß. Ansonsten Schutzkleidung habe ich noch nicht gekauft. Ganz oft habe ich noch in den Kommentaren gelesen, die Helmkamera, das war nicht so optimal. Ja, das stimmt. Sehe ich genauso. Ich habe mir jetzt so einen Brustgurt bestellt, weil ich kann die Kamera nicht vorne an meinem Helm machen. Das geht nicht. Der hat da so Sachen dran. Und deswegen will ich das mal auf dem Brustgurt versuchen. Da wird man auch viel besser erkennen, ob ich jetzt auf dem Motorrad stehe oder sitze. Was ich damit sagen will, ich möchte das noch verbessern. Wartungsteile für die Bikes haben wir auch bestellt. Hier bei dem müssen die Bremsklötze vorne gewechselt werden. Ansonsten Öl, Ölfilter, Luftfilter. Für die Kette so ein Spray. Das wird alles kommen. Dann vielleicht noch ein Ständer oder sowas in der Art. Zerberstes ist heute auch wieder dabei. Guten Tag. Ja, und dann würde ich sagen, ziehen wir uns an, machen uns fertig, starten die Maschinen, fahren erstmal so auf die Wiese und da machen wir den ersten Speedtest. Falls ihr noch mehr Videos mit den Motorrädern sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Bei 10.000 Daumen hoch wird definitiv noch ein weiterer Teil kommen. Das motiviert mich auch immer, wenn ich sehe, dass euch das gefällt. Und ansonsten, falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonnieren und die Glocke aktivieren. Bei 10.000.000 Abonnenten werden wir Zerberstus ein Gesicht zeigen. Versprochen. GPS ist an. Das übergebe ich jetzt Zerberstus. Danke. GPS richtig übernommen. Hier die Wiese, die benutzen wir jetzt als unsere Teststrecke. Die drücke ich hier noch auf Start und wir legen los. Die Strecke ist viel nasser, ne? Das kannst du vergessen, Mann. Dreht den letzten Gang durch. Das geht nicht. Also Freunde, die Strecke ist heute viel, viel feuchter als letztes Mal. Nichtsdestotrotz waren das jetzt schon mal 77 kmh, ne? Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es 77 kmh sind. Du? Nee, auch nicht. Naja, wir starten das Ding neu. Zerberstus übergibt das GPS an mich. Und dann versuche ich auch mal mein Glück. GPS richtig übergeben. GPS richtig übernommen. Viel Erfolg. Danke. Übertreibst mich. Danke. Also, bei mir hat in jedem Gang das Hinterrad durchgedreht und man ist überhaupt nicht vorwärtsgekommen. Also, es hat null beschleunigt. Und letztes Mal, wo wir gefahren sind, war es halt etwas trockener. Man konnte schon Vollgas geben. Da hat es am Anfang ein bisschen gerutscht, aber dann ging es. Ja, sechster Gang. Ja, das hat wirklich keinen Sinn. Sorry für meine Kamerakünste. Und? Also, ich bin komplett durchgängig seitlich weggerutscht gefühlt. Ja? So, drück mich immer auf Stopp. Auf Read. Oh, 75 kmh. Hat sich aber verdammt schnell angefühlt. Das sage ich euch. Ich habe gerade eben die GoPro nicht laufen gelassen. Ich fahre jetzt nochmal kurz hoch. Und dann könnt ihr euch mal anschauen, wie langsam das eigentlich auf der GoPro aussieht. Ihr habt mir alle in die Kommentare geschrieben, ich soll mir so einen Crosshelm kaufen. Aber ich finde, ich sehe in dem richtig schön aus. Viel schöner als in so einem Crosshelm. Es bleibt alles so, wie es ist. Das war gut so. Bis gleich. So, das war's. Wir waren jetzt wieder. Oh, sogar 81 kmh. Und jetzt habt ihr halt auf der GoPro gesehen. Das sieht auf der GoPro viel langsamer aus, als es sich anfühlt auf der Strecke. Bevor wir jetzt Speedtest auf der Straße machen, fahren wir jetzt irgendwo da hinten hin. Da gibt es so einen kleinen Berg. Da kann man den einen oder anderen Minisprung machen. Perfekt für so Anfänger wie uns geeignet. So, wir sind an der nächsten Location hier angekommen. Vielleicht habt ihr die auch im letzten Video gesehen. Also hier geht es so leicht berghoch. Da sind noch ein paar Wurzeln. Und ja, Speedtest beginnt. Ich bin mal gespannt, was dabei jetzt so rauskommen wird. Alter, wie viel Anlauf nimmt der denn? Aber wir fangen erst mal langsam an. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Also gestern hat sich das Ding wie besser angefühlt, ich weiß nicht. Ja, gestern sah es auch besser aus. Ja, ich glaube gestern ist nur das Vorderrad ein bisschen mehr hochgegangen und das war es. Aber der Rutscher war sehr gut, oder? Der war richtig gut, ja klar. Ich habe jetzt mal gezittert. Jetzt fahren wir da hinten zu so einem Berg, da kann man ein bisschen hochfahren. Ist jetzt echt nichts Wildes, aber ich denke mal, das ist ganz gut geeignet, um sich so langsam da ranzutasten. Und mal gucken, was heute noch so passieren wird. Schaut euch das an, das sieht eigentlich echt nach nichts aus. Aber wenn man drüber fährt, dann fühlt sich das schon noch etwas an. Und Zabersus kommt. Ich glaube, wenn man es drauf hätte und voll schnell wäre, könnte man hier so ein bisschen abheben und dann wieder auf der anderen Seite landen. Oh, sah es aus, als wenn er minimal abgehoben ist oder vielleicht war es auch nur die Federung. Oh, war das Vorderrad jetzt in der Luft? Und hat sich voll krass angefühlt, oder? Ja, aber so voll unkontrolliert irgendwie, weißt du, so. Ich wollte jetzt nicht so viel riskieren. Ja, erstes Mal ist es sehr komisch. Also man denkt immer, man ist schnell genug, aber dann, wenn man drauf fährt, dann weiß man sofort, ja, das war gar nichts. Aber wir haben auch noch keine Flugstunden, deswegen null Erfahrung. Aber irgendwie fängt jeder mal an. Ja, ich glaube, Vorderrad war minimal in der Luft. Und, was sagst du? Also, da hat du voll in den Ellenbogen weh. Echt? Und sonst habe ich mich einfach wie so ein Stück Scheiße gefühlt. Ja, du bist halt, du bist nicht Herr der Dinge, du fährst nur so mit, gell? Ja. Da hast du auch halt, wir haben noch zu viel Respekt davor, sage ich mal so. Und wir wissen gar nicht, was wir tun. Ja. Ansonsten muss ich sagen, Freunde, gestern hat sich das alles ein bisschen besser angefühlt. Erstens, es war nicht ganz so nass. Und zweitens sind wir gestern auch viel mehr gefahren. Haben uns schön eingefahren und so. Und jetzt sind wir halt gleich drauf losgefahren. Und wie Zerberstus gesagt hat, es fühlt sich einfach wirklich so an, als wenn man nicht so zu 100% Herr der Dinge wäre. Richtig schön beschrieben hat er das, ey. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier noch ein bisschen rum. Und dann machen wir noch den Speedtest auf der Straße. Das ist schon sehr matschig hier, aber richtig geil, um zu fahren. Das macht einfach so Bock. Boah, das war nass, ey. Wir sind jetzt hier auf der Straße. Machen wir mal ein Speedtest auf der Straße. Ich mache das GPS-Gerät gerade an. Zerberstus wird vor mir filmen. Ich filme hier wieder mit der GoPro. Er wird auf der rechten Seite filmen. Drücken wir hier auf Start. Filmen müssen fahren, ja. Ach, ich meine ja, er fährt. Hehehe. Okay. 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 also das war jetzt schon vollgas war auf jeden fall nicht gerade langsam wir gucken mal und 123 also 123 kmh rennen die ich bin so geschwitzt war auf jeden fall wirklich sehr anstrengend ansonsten hat es auch sehr viel spaß gemacht hier sind so geile strecken demnächst müssen wir mal eine längere tour machen aber vorher noch ein bisschen fahren üben ansonsten war es das für heute ich hoffe das video hat euch gefallen wir sehen uns peace